Und wir gehen einfach mal direkt in den Browser. Schauen wir mal hier, dass wir das noch groß kriegen. Perfekt. So, jetzt müssten Sie alle auch den Bildschirm sehen können, genau. Genau. Und ja, was Herr Umberg gerade angesprochen hat, war ja einerseits die Gegenüberstellung zwischen SVHANA Embedded Analytics und eben SAC, der SAP Analytics Cloud. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Teil an. Wir gucken hier mal in eine SVHANA-Installation. Jetzt hier grün eingefärbt, üblicherweise kennen Sie die vielleicht in blau, aber auf die Farbe soll es jetzt nicht ankommen. Was ich jetzt hier vorbereitet gemacht habe, ist eine Anwendung zu öffnen, hier oben rechts über die Suche, die sich Query Browser nennt. Und hier sehen wir jetzt schon sämtliche Queries, also Abfragen, die wir auf unserer SVHANA-Installation liegen haben. Die also meinetwegen ein Backend-Entwickler vielleicht auch geschrieben hat und es sind auch jede Menge vorgefertigte Queries mit an Bord. Und wir würden uns jetzt hier einfach mal eine raussuchen, an denen ich Ihnen dann zeigen möchte, was die SVHANA Embedded Analytics von sich aus kann. Also was SAP eben unter diesem Embedded Analytics versteht. Einen kurzen Moment warten. Hier geht es jetzt gleich um so eine Verkaufsstatistik und hier sehen wir jetzt auch, also Incoming Sales Order, die schauen wir uns jetzt mal an. Und wenn wir jetzt hier die anklicken, dann sehen wir unten rechts in der Ecke den Open for Analysis Button. Also das ist quasi der Inbegriff dieser enthaltenen Embedded Analytics der SVHANA. Wir haben mit jeder Query die Möglichkeit, uns darauf eine Auswertung zu starten. Jetzt im Ladebildschirm, wenn er denn lang genug zu sehen ist, sieht man gleich, dass da von Design Studio die Rede ist. Und das ist letztendlich die Funktionalität, die hier gezogen wird. Je nach Query-Ausprägung kann das ein Design Studio Element sein oder auch ein Lumira Element. Das kommt jetzt ganz auf den Inhalt und das Darzustellende an. Aber, ja gut, haben wir jetzt gar nicht gesehen. Hat zu schnell, aber doch irgendwie langsam geladen. Ja, und was hier jetzt hochkommt, ist eine Variablenabfrage. Das heißt, die Query möchte halt mitgegeben bekommen, in welcher Währung wir denn unsere Werte hier anzeigen möchten. Wir nehmen jetzt einfach mal Euro. Hat nicht funktioniert. Okay, mache ich nochmal so. Sollte gehen. Und das ist vielen von Ihnen wahrscheinlich eine vertraute Darstellung, wenn wir jetzt hier die Möglichkeit haben, anhand von Dimensionen und Kennzahlen in Reihen und Spalten eben unsere Query darzustellen. Hier geht es jetzt in diesem Aufriss nach einer Sales Organization und dann dem Net Value in verschiedenen Quartalen bzw. hier einfach zeitlichen Einheiten. Und hier hat man jetzt die klassischen Möglichkeiten, die man auch früher vielleicht im Backs Query Designer hat oder in Analysis for Office. Wir können uns einfach hier die Dimensionen so zusammenbauen, wie wir das gerne möchten. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine grafische Auswertung zu bauen. Also wir haben nicht nur die tabellarische Auswertung, sondern können auch sagen, machen wir irgendwie einen Chart daraus und dann kriegen wir hier eben den Aufriss unserer, in dem Fall sind jetzt glaube ich, verkauften Items nach Produkt. Auch eine gemischte Darstellung ist möglich, aber das ist im Prinzip so mit das, ich sag mal kompliziert oder das höchste der Gefühle, was wir jetzt mit S4HANA Embedded Analytics bauen können. Das ist für viele Zwecke sicherlich ausreichend, wenn wir darüber hinausgehen wollen und richtig über eine User Journey nachdenken und User Experience und vielleicht über verschiedene Auswertungen, Dashboards für Fachbereiche, für Management-Ebenen etc., dann würden wir jetzt eher zur SAP Analytics Cloud greifen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Als nächstes. Hier werden wir auch mit einer Startseite begrüßt, auf der ich mir Kennzahlen, aber auch schon Auswertungen anpinnen kann, indem ich die hier auf die Startseite verknüpfe. Und wir gehen jetzt mal in den Showcase, den wir für heute vorbereitet haben. Hier geht es jetzt auch um Finanzdaten, also eine Financial Application nennen wir das Ganze. Und jetzt haben wir hier noch so eine Überblick, eine Zusammenfassungsstartseite, die ist sicherlich nur für administrative Zwecke notwendig. Ich gehe jetzt mal auf unsere erste Seite dieser Story und hier kriegen wir jetzt also eine richtig schicke und umfangreiche Darstellung. Ein Dashboard in dem Fall jetzt, wo es um Werte wie Umsatz geht, Einnahmen nach Profitzentern, Betriebsergebnis, Ausgaben nach Kostenstellen und allerhand anderen Darstellungen. Wir sehen ein Kartenelement, das mit Werten der Profitzenter befüllt sein könnte oder auch mit einer Postleitzahl, mit einem Postleitzahlbereich aufgerissen werden könnte. Da sind jetzt die verschiedensten Darstellungen vorstellbar, was man mit dem Kartenelement anfängt. Sicherlich häufig im Transportwesen und so auch zu gebrauchen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was wir jetzt hier alles so machen können, also vielleicht vorweg, es gibt, während wir uns eine SAC-Story anschauen, immer zwei verschiedene Darstellungssichten. Nämlich einmal die des Fachbereichs bzw. des Konsumers, der sich jetzt die fertige Story hier anschaut. Und dann gibt es die, der Person, der die Story bearbeitet und editieren kann. Dann würde man hier oben in die Bearbeitensicht wechseln. Das kann in der Regel immer dann nur eine Person oder vielleicht ein Personenkreis, der eben Story bearbeitet, aber eben nicht der normale Konsument, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber der Konsument kann trotzdem eine ganze Menge machen. Unter anderem hat er hier oben zum Beispiel Filter-Elemente, um die Werte der Darstellung einzugrenzen. Hier geht es jetzt um einen Vergleich immer zwischen aktuellem und Vorjahr oder Vergleichsjahr. Und hier oben habe ich die Möglichkeit, eben diese Zeiträume einzustellen. Ich kann jetzt ganz flexibel sagen, von wann bis wann soll mein Betrachtungszeitraum gehen. Und habe so die Möglichkeit, eben schnell zum gesuchten Ergebnis zu kommen. Oder ich habe hier vielleicht die Einnahmen pro Profilcenter im Quartal 1 2018, in den Monaten Januar bis März. Und ich möchte eine Tendenz analysieren. Ich möchte vielleicht wissen, wie ist denn das Delta zwischen den Monaten Januar und Februar. Und kann dann hier einfach reinklicken und kriege automatisch eine prozentuale Abweichung. Kriege den Wert in einer absoluten Zahl formuliert. Und kann das eben entsprechend, ich kann verschiedene Werte immer miteinander vergleichen und kriege eben so eine Delta-Betrachtung dabei raus. Da habe ich relativ schnell die Möglichkeit, Tendenzen zu analysieren und solche Dinge zu machen. Wir gehen mal in unsere nächste Folie rein. Also eine SAC-Story, eine SAC-Anwendung ist immer in Folien oder Pages unterteilt. So ähnlich wie wir das von PowerPoint kennen. Hier unsere nächste Seite. Dann schaut sich die Ertragslage an. Und hier haben wir jetzt schon richtig interessante Bausteine mit drin. Also wir haben weiterhin Säulendiagrammauswertungen für verschiedene Kennzahlen. Und hier unten haben wir jetzt aber wirklich ein interessantes Element. Und zwar geht es hier jetzt gerade nach Net Income über einen bestimmten Zeitraum. Und was die SAC jetzt hier machen kann, ist auch bereits im ganz normalen Lizenzpreis enthalten, ist so eine Tendenz versuchen zu erkennen. Und einen kurzen Zeitraum in der Zukunft prädiktiv vorauszusagen. Das können wir jetzt hier für verschiedene Kennzahlen machen, die wir einfach in unserem Modell hier gerade drin haben. Vielleicht die Revenue-Betrachtung, die mal in eine Richtung ausschlägt. Und wir können eben hier unten für diesen prädiktiven Zeitraum rechts sagen, welche Daten sollst du als Grundlage dafür nehmen. Und daraufhin würde eben der Wert entsprechend angezeigt bzw. skaliert. Das ist nicht die Predictive Engine, von der mein Kollege gerade gesprochen hat oder das sogenannte Predictive Szenario. Die SAC lizenziert sich in verschiedenen Bausteinen. Alles, was wir jetzt hier in unserem Showcase heute sehen, ist im Prinzip so der Basisbaustein. Für tiefergreifende, prädiktive Funktionalitäten und Analysen hinsichtlich eines Szenarios müsste man extra Geld einwerfen. Dann haben wir aber auch wesentlich mehr Möglichkeiten, hier diesen zukünftigen Zeitraum zu konfigurieren, mit Algorithmen zu hinterlegen etc. Wir gehen mal in die nächste Seite rein und haben hier beispielsweise jetzt auch die Möglichkeit, die Art unserer Werte miteinander zu vergleichen. Was wir hier sehen, sind jetzt Dinge, die einer SAC-Applikation relativ nahe kommen, dass wir also wirklich spontan die Möglichkeit haben, Kennzahlen ein- und auszuschalten, eine Dimension zu wählen, in der wir unsere Auswertung sehen möchten und hier unten sogar eine Tabelle dranhängen haben. Also wir haben immer die Möglichkeit, Werte natürlich weiterhin tabellarisch darzustellen, auch mit der Berücksichtigung von Hierarchien, wie Sie hier links jetzt sehen können, und auch einer Verknüpfung der Werte, das heißt Werte, die hier unten angeklickt werden können, den Graphen hier oben automatisch filtern etc. solche Dinge. Das sehen wir jetzt hier in unserem tabellarischen Vergleich nochmal etwas besser. Also hier haben wir eine Folie, eine Page, eine Seite in der SAC, die wirklich ausschließlich aus einer tabellarischen Auswertung besteht. Hier auch wieder die Berücksichtigung von Hierarchien. Herr Umberg sagte vorhin, wir sind mit unseren Daten direkt auf der SAC, auf der S4HANA, das heißt wir haben davor, vor unserer Story hier eine S4HANA-Installation liegen mit den Daten, die eben hier gerade angezeigt werden. Und die Query, die letztendlich dazwischen sitzt, die gibt uns halt hier diese Hierarchie vor, gibt uns die Kennzahlen vor, die wir uns anzeigen können etc. Der User dieser Story hat auch immer die Möglichkeit eben hier Filter anzuwenden, die hier drin liegen, also beispielsweise verschiedene Company Codes oder Competitor, die er an- und abklicken kann, verschiedene Profit Center, die er miteinander vergleichen kann, über eine Suche definieren kann etc. Also wir haben hier im Sinne dieser Dashboard-Applikation relativ viele Möglichkeiten, den User wirklich dahin zu führen, zu den Werten, die er haben möchte, mit Dropdown-Menüs, Radio-Buttons, Hierarchien, Filter-Elementen, alles das, was wir jetzt letztendlich hier gesehen haben. Wenn wir darüber hinausgehen, also die Informationen, die wir bisher gesehen haben, sind im Prinzip von einem Erschaffer dieser Story irgendwie mal durchdacht worden. Also da hat sich jemand überlegt, welche Werte, welche Kennzahlen sind denn möglicherweise für den User interessant. Dabei ist aber natürlich nicht immer alles zu berücksichtigen oder sind Zusammenhänge vielleicht nicht als einzelne Grafik zu sehen, an die der Erschaffer, der Bearbeiter hier noch nicht gedacht hat. Da kommt die SAC dann aber einem zugute in Form der Augmented Analytics-Funktion. Das heißt, es sind Analysen hier möglich, die gar nicht vorprogrammiert sein müssen oder für die vorher keine Query entstanden sein muss. Das sind jetzt so die smarteren Funktionen, sage ich mal. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf unsere Überblickseite gehen und schauen uns beispielsweise mal den Umsatz an, dann können wir hier einen Smart Insight drauf machen. Wir können zum Beispiel sagen, zeig mir den Januar bitte mal etwas detaillierter. Und dann wird hier automatisch, werden mir verschiedene Auswertungen angeboten, die ich aufgrund dieses Datensatzes machen kann. Und wenn wir uns den ersten jetzt hier mal anschauen, dann sehe ich, dass mein Operative Income für nach Cost-Centern hier automatisch aufgerissen wird. Das heißt, diese Auswertung Operating Income nach Cost-Center hat jetzt der Bearbeiter der Story gar nicht vorgesehen. Und trotzdem habe ich hier also die Möglichkeit, mir solche einer Darstellung rauszulassen. Wenn mir die jetzt gefällt und ich bin möglicherweise auch Bearbeiter der Story, dann brauche ich die jetzt auch nicht auf einer anderen Seite manuell nachbauen, weil mir die Darstellung gut gefällt und ich glaube, dass sie nützlich ist für die Story. Sondern kann einfach sagen, wenn ich jetzt mal in den Bearbeiter-Modus wechsle, ja, kann einfach sagen, oh, ich muss die, muss ich sie nochmal öffnen? Ja, okay, einen Moment. Ja, dann sehe ich hier oben rechts dieses kleine Dokumentensymbol und kann auch automatisch sagen, kopiere mir diese Auswertung, ja, auf eine bestimmte Folie, auf eine flexible Seite, wohin auch immer, ja. Ja, ich packe sie jetzt erstmal auf die leere Seite, die ich hinten dran hängen habe. Und jetzt sehen wir hier automatisch schon, na gut, war nicht mehr ganz leer meine Seite, aber ich sehe hier automatisch also diese Platzierung des Elements. Und so kann ich also Schritt A, ja, Auswertungen machen, die ich vielleicht gar nicht vorgesehen habe, antizipiert habe. Und Schritt B, mir diese Auswertungen dann auch dauerhaft speichern. Wir bleiben nochmal hier auf unserer leeren Seite. Was wir hier nämlich jetzt sehen, ist vielleicht jetzt eher so für die erstellende Darstellung, ja, interessanter. Sind hier so drei größere Bereiche. Auch auf den Folien zuvor haben wir das gesehen, ja, dass wir eben links beispielsweise immer eine Filterreihe haben und in der Mitte den Inhalt. Oder oben ein Element mit Filtern und darunter den Inhalt. Diese Definition dieser Bereiche nennt sich hier Lanes. Und die können wir hier, ja, ich sag mal, dynamisch anlegen, sodass wir jetzt hier beispielsweise dieses Drei-Spalten-Layout bekommen oder eben noch eine rechts davon, ein Vier-Spalten-Layout. Sie verstehen, wo ich darauf mit hinaus möchte, nämlich werden diese Lanes berücksichtigt bei der Darstellung der Story auf verschiedenen Endgeräten. Was wir gerade gesehen haben, war jetzt ja Desktop-optimiert, aber wir haben auch immer die Möglichkeit, eben mit solchen Lanes zu arbeiten, die dann das Ganze responsive machen. Dass wir also auf verschiedenen Endgeräten eine sinnvolle Darstellung bekommen. Also wir können hier mal in die Gerätevorschau gehen und sagen jetzt, okay, ich bin im Web, ja, ich bin ein Laptop. Dann sieht es jetzt relativ unformatiert aus wie hier, aber wenn Sie jetzt sich vorstellen würden, genau diese Darstellung meinetwegen auf einem Smartphone darzustellen, dann würde man jetzt wahrscheinlich relativ viel scrollen müssen, weil man hier nur links so einen horizontalen Schnitt sieht. Also können wir einfach sagen, ich bin ein iOS-Gerät meinetwegen, ein kleines Smartphone, ja, und simulieren jetzt hier ein iPhone. Und sehen automatisch, dass aufgrund der Lanes, die wir vorher definiert haben, die Elemente entsprechend berücksichtigt werden und jetzt untereinander sortiert werden. Wir haben es also relativ einfach als Ersteller der Story auch hier so ein Responsive Layout, wie sich das im Web Development nennt, zu erstellen. Und kommen so relativ schnell auch an ein grafisch anspruchsvolles Ziel. Wir neigen uns dem Schluss und da würde ich Ihnen gerne noch eine weitere Smart-Funktionalität zeigen. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal, ich gehe aus meiner Vorschau hier mal wieder raus und gehe jetzt erstmal auf die Startseite nochmal, wo wir ursprünglich auch angefangen haben. Die Änderungen von heute brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, liegt hier drüber noch so ein Fragenelement. Das zielt jetzt auch wieder darauf hinab, dass ich vielleicht als Endanwender, als Fachanwender eine bestimmte Auswertung im Kopf habe, die ich aber noch nicht so genau greifen kann oder benennen kann. Und deswegen habe ich hier im Prinzip wie so eine Art Google-Suche integriert, die auf meine Daten zeigt. Ich muss eben nur wissen, wie meine Kennzahlen heißen und dann kann ich relativ schnell schauen. Wenn ich beispielsweise hier Net Revenue eingebe, dann sehe ich also die Kennzahlen aus den verschiedenen Models bzw. Queries, die ich hier in meiner SAC liegen habe. Kann mal auf Enter drücken und kriege dann also eine Net Revenue Auswertung, also die Anzeige einer bestimmten Kennzahl. Ich kann das Ganze dann verketten und sagen, mach das mal bitte für das Jahr 2018 oder auch noch für ein bestimmtes Quartal oder ich kann verschiedene Zahlen miteinander vergleichen und so weiter und so fort und kann mir dann auch immer diese Werte hier wieder kopieren und diese Auswertung meinetwegen in einer Story als feste Kennzahl einbauen. Ja, kommen also so auch, wenn ich noch nicht so genau weiß, was ich möchte, relativ schnell an ein gewünschtes Ergebnis. Und damit möchte ich den praktischen Teil vorerst mal schließen. Wir kommen hier gerne gleich zurück. Wenn Sie Fragen haben, kann ich Ihnen bestimmte Funktionalitäten zeigen. Aber soweit wären wir dann erstmal am Ende. Genau. Machen wir, gehen wir zurück auf die Kamera. Genau. Wir bitten uns den Fragen, wenn Sie denn Fragen haben. Gucken wir ein wenig in den Chat. Genau. Also wenn Sie zum Showcase Fragen haben oder zu bestimmten Funktionalitäten, kann ich da gerne mal weiter darauf eingehen. Was wir jetzt gerade nicht betrachtet haben, war so die ganze Konfiguration und das Model, was da vorliegt, was man erstellen muss und das alles. Wir haben uns heute eher mal so auf die Fachanwenderseite, Fachbereichseite fokussiert, weniger auf den technischen Teil. Aber wenn Sie da jetzt noch Fragen haben sollten, wie vielleicht die Anbindung an die SV HANA aussieht oder so, nur zu. Da können wir sicherlich kurz darauf eingehen. Ja, ich denke es ist ganz gut deutlich geworden, auch durch die Systemdemo, auch im Vergleich SV HANA Embedded Analytics und SAP Analytics Cloud, die Anpassbarkeit an verschiedenen Benutzerniveaus, die Möglichkeit dieser smarten Funktionen, sei es nur diese Smart Insight oder Search to Insight, ja, als Smart Insight war dieses, wo ich mir mit dem Rechtsklick so einen Treiberbau oder Wertetreiber einziehen kann in meine Analyse. Also das sind sicherlich Funktionen, die wir dann nur in dieser SAP Analytics Cloud finden. Also ich denke, das ist ganz gut deutlich geworden. Und ja, ich sehe jetzt im Chat keine weiteren Fragen mehr. Da bleibt mir nur noch auf unsere nächste Veranstaltung hinzuweisen, die in 14 Tagen um 11 Uhr, das heißt am 9.6. um 11 Uhr stattfinden wird. Der Vortragende wird Frank Lange von der SAP sein und der Titel wird sein SAP S4HANA Intelligent Sales and Billing Capabilities. Also auch sicherlich ein spannender Vortrag direkt von der SAP in unserem SAP Forum. Sicherlich ein nodenswerter Termin, also bitte vormerkend. Ja, auch im Chat tut sich weiterhin nicht viel. Damit schließe ich die heutige Veranstaltung, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. – Untertitelung des ZDF, 2020